Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank, Part 23 von Mioh 490. Im letzten Part sind wir mit dem Toaster ein bisschen rumgerannt und... was mache ich? Und haben die Magnetstiefel entdeckt. Gefunden. Und jetzt geht's wieder zurück zum Black Depot auf Gaspar. Wie ich im letzten Part schon meinte. Ja, wieder die Solare Sequenz. In der Zeit kann man sich ja zurücklehnen und ein bisschen gern. Ist doch auch mal was Schönes. Wieder diese vor Leben strahlende Planet. Höhö, strahlende... nein. So. Keine Atomwitze. Die sind nicht nett. Ich find's doof, dass der ständig seine Sachen ablegt. Also... Helm und so. Oh, jetzt kommt wieder der Fister. Warte. Wir rennen einfach mal durch. Und stell uns dann hier rein. Ich will ja am liebsten noch ein bisschen farmen mit denen. Also mach ich mal nicht alle kaputt. Zumindest nicht alles, sondern nur das, wo... Nicht der Spawner in der Nähe. Nicht der Spawner in der Nähe. Verdammt. Mit denen hätte man nämlich wohl ordentlich Kohle machen können, wie's aussieht. So, wir wollen da hinten in die Richtung, deswegen mach ich da auch schon mal frei. So, reicht. Wenn jetzt noch irgendwas einkommt, drück ich einmal Kreis und dann ist das auch weg. Und dann passt das schon. So, zum Beispiel du. Und du. Und du. Und du. So. Achso, da oben ist auch ein Spawner, wie's aussieht. Packen wir uns den noch zuerst. So. Vielleicht war... Ne, das hier ist ja ein anderer Planet. Na, ich dachte, das wären die Roboter, die... weggeflogen sind letztens. Aber nein. So. Auf, hoch hier. Und mit den Magnetstiefeln ein bisschen laufen. Lernen. Laufen lernen. Was weiß ich. Achso, die ganzen großen Wiener wurden jetzt durch kleine ersetzt. Das ist doch auch schön. Die krieg ich mal mindestens schnell kaputt. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Planeten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ma, ich will Loot-Roboter. Ist doof. Ich wusste doch, ich hab einen gehört. Mistvieh. Ach Gott, nicht alle kleinen und bunt ausgetauscht. Lass mich da rein. Oh Gott, die sprengen sich ja wirklich. Oh Gott. Das war unangenehm. Mal kurz im Kreis drehen. Alle Computer kaputt machen. Boah, ich würde die Leute so hassen, wenn die meine Computer kaputt machen würden. Na ja, macht ja keiner. Ist ja keiner so herzlos. Nee, mal ehrlich, bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaub nicht. Nee, bin ich nicht. No. Klank, wir haben uns verflogen. Egal, wir haben hier jetzt wieder volles Leben. Sind wir auch wieder gestärkt für den Weiterflug. Äh, nein, falsch. So. Geht halt einfach mal ein bisschen schneller. Ich wette, ihr habt euch auch schon an den Kopf gepackt und gedacht, ja, was macht der Kerl da? Obwohl ich denke mal nicht, dass, äh, jemand von euch das Spiel so gut kennt. Vor allem, was ich ja krass finde, Ragged in Clank Part 9 hat einen Aufruf bisher, also zum Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und Just Cause 2 hat schon 13. Also, man sieht, das wird besser geguckt. So, umauerte Stadt erkunden. Nochmal Ladezeit. Mal anders hinsetzen. Nochmal Haare richten. Ach, mein Ohr tut so weh. Wieder so eine kleine Verletzung vom Headset. Na ja. Fünf Minuten waren's ja nur. Siehst du, das sieht doch schon mal schöner aus. Pass auf, wenn das jetzt auch nochmal wieder der Falsche... Ne, hierzu braucht man ja die Magnetschuhe. So, ihr Kleinen. Komm mal her. Fist, fist. Fist. Geht doch schon mal viel besser als irgendwas anderes. So, und jetzt Taxi. No. Hey, so kann man natürlich auch Bowls farmen. Na, wir nehmen jetzt direkt das Taxi. Wenn wir's hinkriegen. Tschüss. Schlagen kann ich. Nur, wie gesagt, springen und davon weggehen kann ich nicht. Loopschutz und so. So, und jetzt... Zack, er hat die Schuhe schon direkt ausgerüstet. Und verschießt ihn der. Mit Minen. Irgendwie sowas. So, und so hört es sich an, wenn man... ...mit so Magnetschuhen da rumrennt. Oh, fuck. Ich würde mal sagen, tschüss. Oh, fuck. Er hat mich doch noch gekriegt. Zweimal. Mist, Dinge. Ist da noch was? Nein. Diesmal auch nicht. Du kannst deine Magnetsstiefel einsetzen, um die Lüftungsschaffung zu laufen. Du kannst deine Magnetsstiefel einsetzen und durch den Lüftungsschaffung zu laufen. Was ist der denn immer da runter? Das hört sich an wie ein Rasenmäher. Ist hier noch einer, oder was? Und wie nicht. Oh, mach kaputt. Oh, Mist, Viecher. Geht doch. Jetzt habe ich wenigstens Ruhe beim Laufen. Looten brauche ich den Mist nicht. Eigentlich schon, aber... ...irgendwie habe ich es gerade nicht nötig. Zum Beispiel möchte ich gerade nicht, sondern möchte es die Dinge hier einfach mal hinkriegen. Nein, Leute, das ist keine Absicht. Auch wenn es so aussehen mag, aber... Alter. Fast schon wieder. So, und jetzt lasse ich mir einfach mal ein bisschen Zeit beim Laufen. Halt die Klappe. Warum durch? Ich bin ein Astronaut. Wow. Wow. Gibt es hier nicht irgendeinen Aufzug nach oben? Gleich haben wir echt noch alles gelootet, weil ich an jeder erdenklichen Stelle runterfalle. Kann ich nicht irgendwas klicken, damit der irgendwie nochmal fester da dran sitzt? Das fände ich irgendwie besser. Du kannst deine Magnetstiefel einsetzen, um durch den Lüftungsschacht zu laufen. Willst du mich jetzt noch öfter nerven, oder was? Alter, ich habe nach rechts gedrückt. Meine Fresse. Ist ja fast so schlimm wie die Altaïr-Mission, die irgendwie doppelt so viele Aufrufe hat, weil ich mich übelst aufrege. Ja, Hauptsache er macht irgendwelche Tricks. Halt doch die Klappe! Ja, voll angenehm. Klar, mit Gegnern. Und ich habe nur den Schraubenschlüssel. Oh, jetzt hängt er hier kopfüber. Alter! Ich komme nicht mehr darauf klar. Oh, das ist ja voll. Ekelig. Wow, wow, wow. Blöde Kamera, blöde Kamera. So, jetzt. Na, ich habe nach rechts gedrückt. Alter. Okay, ich müsste mehr mit diesen Dingen hier arbeiten, dass er sich präziser dreht. Das wäre doch mal was. Ja, klar, jetzt ist rund wieder der Panzer. Wow, wow, wow. Pass auf. Ich muss eigentlich nur mit der Kamera arbeiten und nicht mit dem Laufen an sich. So, jetzt haben wir es aber fast. Nicht zu früh freuen. Mir wird sicher was passiert, ne? Und weh, hier ist jetzt kein Checkpoint. Ganz ehrlich, ne? So, have fun. Ich weiß nicht, wie viel hier ist. Okay, das war Verschwendung. Egal, hier kommt bestimmt noch was. So. Ach, hier ist auch noch was. Okay. Kommst du her? Was macht der eigentlich? Macht der überhaupt irgendwas? Stirb. Mistvieh. Ist da oben noch was? Ich weiß nicht. Irgendwas sehen die wohl? Oder riechen die? Keine Ahnung. Äh, so. Ich könnte einmal links und einmal rechts. Ich möchte links. Vor allem, dieser Roboter hat mich ja auch nicht angegriffen, ne? Vielleicht war der ja freundlich. Das ist ja auch immer was Schönes. Ah, und hier ist die Brücke. Drüben standen wir letztens. Beziehungsweise bevor wir über diesen Dreck hier gelaufen sind. Es war ja gut, dass ich hier lang gegangen bin. So, die Munition haben wir auch wieder drin. Können die direkt wieder verballern. Oder? Äh, jo. Mal, jetzt hab ich eins hier runtergeworfen. Da hinten war da auch noch ein Panzer. Da ist er. Ja, geiles Gorsch, wenn die Munition leer ist. Gar nicht eklig oder so. Gut, das haben wir geschafft. Und überall rennen noch irgendwelche Leute rum. Leute sag ich schon. Irgendwelche Roboter von mir. So, da sind die auch down. Und jetzt gibt's auch wieder einen Cut. Äh, das bei den Cuts geht ja richtig schnell so langsam. So langsam macht's auch wieder Spaß, ehrlich gesagt. Am Anfang hat sich's ja ein bisschen gezogen. Ähm, aber jetzt geht es wieder. Hier ist doch irgendwas, ne? Nicht? Oh. Schade. Naja. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.